Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich war gerade duschen und unter der Dusche kommen einem doch bekanntermaßen die besten Ideen. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es eigentlich, wenn ich mit dir zusammen eine Maskenreise einmal um die Welt machen würde. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und dafür habe ich mir tatsächlich sieben Masken ausgesucht, die ich mit dir zusammen in diesem Video testen werde. Das Ganze lasse ich über einen gewissen Zeitraum laufen, dass ich dort dann auch immer mal wieder eine Maske teste, mich vor die Kamera setze, das abfilme, nachher alles schön für dich zusammenschneide und ja, du dann dieses Video sehen kannst. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange wird. Und was du in diesem Video gewinnen kannst, ist auch ein Maskenpaket, sieben Masken aus sieben verschiedenen Ländern. Das zeige ich dir am Ende des Videos. Für Frankreich tritt in den Ring von der My Little Beauty Eigenmarke, My Little Box, die Maske Lunair Maske Purifier. Das ist eine Maske, die reinigen soll und die ist mit Mondstein, Kaolid und schwarzem Kümmelöl. Die muss ich mir einfach jetzt aufgeben. Das ist ja so eine Gelmaske, würde ich mal so sagen. Das ist ja so ein Pöttchen hier. Die habe ich ja in einem Trashpaket drin gehabt. Und ja, das werde ich mir jetzt mit einem Pinsel auftragen. Wie gesagt, Gesicht ist gereinigt. Ich habe ja gerade geduscht. Ich nehme erst mal das, was hier im Deckel drin ist. Eins darf man nicht vergessen. Irgendwie die Haare zurück machen, dass man die nicht nachher in der Maske hängen hat, wenn man sich sowas aufgibt. Ich sehe so ein bisschen aus wie der Blechmann von der Zauberer von Oss, oder? Läuft. Auf jeden Fall. Ja, es ist eine sehr dicke Maske. Also sie fühlt sich... Also du hast richtig halt was im Gesicht. Sie kühlt nicht. Das hätte ich jetzt eigentlich bei einer reinigen Maske gedacht. Aber sie fühlt sich einfach an, als hätte ich mir jetzt so dick Creme auf mein Gesicht gegeben. Das Ganze darf jetzt 10 bis 15 Minuten einwirken. Und dann kann man die ganz normal runter waschen. Hier steht als Reinigungsmilch abwaschen. Aber gut, dann werde ich mir die gleich abwaschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, sie hat geklärt und gereinigt. Aber irgendwie, sie war schwer abzuwaschen und ich glitzer im Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hole euch mal kurz näher ran. Das sind so ganz feine Glitzerpartikel, die ich jetzt überall im Gesicht habe. Und irgendwie gefällt mir das nicht so. Naja, aber wie man sieht, meine Haut ist im Prinzip mattiert, aber gleichzeitig gereinigt. Deswegen erscheint sie halt so glatt und glänzend. Deswegen habe ich jetzt auch diesen Glow auf der Haut und halt auch durch diese Glitzerpartikel, die einfach überall sind. Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel so diese ganzen Lehmmasken oder solche Reinigungsmasken finde ich deutlich besser als die jetzt. Tja, also für Frankreich ins Rennen gegangen, aber leider nicht so gut abgeschnitten. Diese Maske wird auf jeden Fall weiter wandern in meiner Krabbelkiste. Die werde ich nicht behalten. Und ich glitzer. Ich bin doch kein Einhorn. Heute geht's nach England und zwar mit 111 Skin. Das ist eine Maske, die irgendwie Feuchtigkeit geben soll, die die Hautbarriere stärken soll und die tatsächlich mit 24 Karat Gold sein soll. Die Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin heute total platt. Ja, denn wir waren heute auf einem Betriebsausflug und waren in einem Schlauchboot mit 16 Leuten und haben gepaddelt. Und meine Arme, die hängen echt. Also ich kann nicht mehr. Ich bin platt. Deswegen gönne ich mir jetzt eine Maske. Ich war duschen. Es war so windig. Es hat geregnet. Ich gönne mir. Diese Maske ist super teuer. Und die war, glaube ich, sogar in einem Adventskalender drin. Also die habe ich mir nicht selber gekauft. Ich weiß gar nicht. Die kostet richtig viel Geld. Riecht ein bisschen wie eine Litchi. Ich weiß nicht, ob ihr Litchis kennt. Das sind so Früchte, die riechen ein bisschen säuerlich. Und die ist extrem mit Feuchtigkeit durchdrängt. Da ist einmal so eine Plastikfolie drüber gewesen. Und dann ist da noch so eine weiße Schicht drüber. Und hier unten drunter ist die rosé-goldene Gelmaske. Die Passform ist eher so lala, muss ich sagen. Also sie steht hier unten ab. Und an manchen anderen Stellen hier steht sie ab. Hier ist sie groß, zu groß und so. Aber sie fühlt sich schon mal ganz gut an. Und jetzt würde ich mich erst mal auf die Couch legen. 20 Minuten entspannen und bin gleich wieder da. So, etwas mehr als 20 Minuten später nehme ich jetzt einfach mal die Maske ab. Aber sie hat echt gut gesessen. Also sie ist nicht verrutscht oder so. Sie ist schnell mit der Haut verschmolzen. Das war sehr angenehm. Und jetzt passiere ich die Reste mal ein. Am Anfang hatte die Maske ja so ein bisschen, ja, sich warm angefühlt. Und dann, ja, nach und nach wurde es immer kühler. Das war so angenehm. Also ich finde, dass mein Gesicht definitiv einen Brightening-Effekt bekommen hat. Wow. Ja, ich glänze. Aber die Maske ist schön eingezogen. Oh, es fühlt sich alles so gut durchfeuchtet an. Ich muss keine Feuchtigkeitscreme, glaube ich, nachher benutzen. Eine Augencreme werde ich verwenden. Ja, definitiv. Aber ich finde, dass es gut aussieht. Gefällt mir. Als hätte ich Highlighter drauf. Wow. Doch, das ist echt schön. Das sieht richtig toll aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also da hat England wirklich in dieser, ja, Maskenrunde sehr gut abgeschnitten. Dennoch möchte ich euch zu dieser Maske sagen, dass sie 33 Euro kostet. Ist sie 33 Euro wert? Ich glaube es kaum. Sie ist toll. Ich freue mich, dass sie mein Vinskalender war. Aber ich würde sie jetzt nicht als Nachkaufprodukt empfehlen. Es sei denn, du hast das Geld einfach über und kannst es dir mal eben so gönnen. Aber da gibt es auch andere gute Masken, die jetzt nicht 33 Euro kosten, oder? Ja. Die nächste Maske, die ich jetzt mit euch zusammen teste, ist die Sand & Sky Maske Australian Pink Clay. Und die soll Poren verfeinern und die Haut strahlen lassen. Die ist mit Vitamin A. Und ja, die macht man sich auf das Gesicht. Und hier hinten steht leider nicht drauf, wie lange ich die drauf lassen soll. Deswegen lasse ich die einfach 20 Minuten drauf. Und ihr seht hier unten schon was Weißes. Sag mal hallo, Sammy. Ja, hallo. Ich habe einen Fan. Nein, er liebt es einfach mit mir zusammen in diesem Zimmer zu sein. Und fragt nicht warum. Es ist echt merkwürdig. Aber gut. Ne, Mom? Bist gerne hier. Hier gibt es auch gerne mal Jam Jam. Nein, ich gebe meinem Hund keinen Kuss auf den Mund. Es wird nur angedeutet. Der leckt mich auch nicht im Gesicht. Egal. So, jetzt tragen wir erstmal die Maske auf. Dafür nehme ich übrigens hier den Pinsel von Barbour, der in der Box mit drin war. Pore Refining Face Mask. Detoxify and brighten. Ich sollte vorher jetzt, äh, ja, silberne Dinge entfernen. Das würde Sinn ergeben, ne? Versuchen wir es nochmal, Sammy? Na gut. Uh, ja. Ja. Uh. Läuft. So, die Maske, die Maske, die Maske ist jetzt auf meinem Gesicht, sie riecht unfassbar gut. Hat einen leichten Rose-Touch, finde ich, hat einen leichten Rose-Touch, finde ich, vom Geruch her. Die Tube ist jetzt übrigens leer, da war auch nicht so viel drin. Ähm, also die Tube war definitiv nicht voll. Das war in dem Adventskalender. Äh, Auftrag gut. Gut, brennt ein bisschen auf dem Gesicht, ja, doch, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, jetzt warte ich so eine Weile und gucke, bis es halt trocken ist und dann wasche ich mir die Maske ab. Und dann gucken wir mal, wie mein Hautbild aussieht. Australien, das hast du super gemacht. Ja, also meine Haut fühlt sich richtig toll an, richtig schön weich. Ob meine Poren jetzt verfeinert sind? Keine Ahnung. Aber, ähm, ja, mein Gesicht sieht gereinigt aus, fühlt sich auch sehr gereinigt an. Ähm, ist aber sehr ausgetrocknet, das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Feuchtigkeitscreme. Und ich habe hier immer noch ein bisschen Maskenrest. Mist, muss ich gleich mal abwaschen. Und so sieht es von nahem aus. Ich finde es herrlich. Also mir gefällt es richtig gut. Meine Nase glänzt wieder vor sich hin. Meine Wangen glänzen auch vor sich hin. Ähm, ja, doch, ne? Hat auf jeden Fall eine gute Geschichte gemacht. Und, ähm, mein Hautbild auf jeden Fall verbessert. Ähm, es ist, glaube ich, eine relativ teure Maske von Sand & Sky. Aber eine gute, ja, die pinke Lehmmaske. Sehr gut. Auf geht's nach Korea. Da habe ich diese großartige Pinden-Panda-Maske, die für ein, äh, eine Erfrischung des Gesichts sorgen soll, was super ist. Denn wir haben es heute 35 Grad gehabt und, äh, jetzt ist es halb 10 abends und ich habe einfach Bock drauf, mir jetzt nach dem Duschen, nasse Haare und so, ähm, ja, eine geile Maske aufs Gesicht zu geben. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist von Sogo Beauty... Sogo Beauty und, äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Maske, wo ich nachher ein Panda im Gesicht haben werde. Los geht's. Riecht ein bisschen wie Reinigungsmittel daraus, aber das liegt halt wahrscheinlich an dem Apfel. Ist sehr, 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 sehr intensiv getränkt. Und so sieht die Maske nun aus. Das sieht doch nicht aus wie ein Panda. Ich meine, okay, ich habe hier Öhrchen, ne? Ich komme darauf nicht klar, Leute. So, ist noch genug Serum. Das kann man hier den Hals runter ein bisschen verteilen. Und, äh, ja, die Maske bleibt jetzt 10 bis 20 Minuten drauf. Ich lasse sowas gerne ein bisschen länger drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott. Ja, die Maske war jetzt eine ganze Weile auf dem Gesicht. Also, ich würde sagen, 30, 40 Minuten habe ich die Garantie draufgelassen. Ich habe Videos geschnitten und so. Und, ja, jetzt nehme ich die mal runter. Das ist immer noch ordentlich mit Feuchtigkeit durchdrängt. Da kann ich auch noch einmal so über mein Gesicht drüber gehen und damit die Feuchtigkeit verteilen. Ihr seht, es ist alle feucht auf meinem Gesicht. Da stand auch drauf, dass man damit nicht an die Augen und an den Mund zu nahe kommen sollte. Dann nicht. So, und die Reste dürfen mit den Fingern einmassiert werden. Boah, da ist noch richtig viel Serum. Und meine Haut fühlt sich gerade so weich an. Denn, oh mein Gott, da wurde die, das Serum richtig, richtig eingesaugt. Wow. Man muss der Maske jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit geben, um auch richtig einzuziehen, weil es ist einfach so viel Serum noch drauf. Oh, das ist Wahnsinn, ne? Also, das ist jetzt so klebrig. Also, ne? Die muss jetzt einfach von alleine noch ein bisschen einziehen. Kann man so einklöppeln oder einfach warten. Und, oh, Leute, ich fühle mich wirklich refreshed. Das ist so richtig, bam, Feuchtigkeit in your face. Das ist so, so schön, gerade vom Gefühl her. Wenn du den ganzen Tag diese Sonne hattest und, also gut, ich war im Büro, aber trotzdem, ne? Wenn du diese Hitze hattest, diese Wärme, die ja alles ausgetrocknet hat und die gemacht hat, dass du schwitzt und deine Haut wird so... Dann ist es wundervoll, wenn man abends so eine Maske draufmacht und einfach mal der Haut die Möglichkeit gibt, wieder zu regenerieren. Das ist super schön und ich hole dich mal ein bisschen näher ran, dann siehst du auch mal, wie geil die jetzt aussieht. Also, die Haut. Wundervoll. Oh. Ja, also, ne? Mir gefällt es richtig gut, wie es jetzt aussieht. Das ist einfach jetzt ein tolles Hautbild, was hinterlassen wurde. Es ist eine gepflegte Haut. Ich brauche keine Feuchtigkeitscreme. Ich werde gleich eine Augencreme benutzen und das war's. Und, oh, wow. Richtig schön mit Feuchtigkeit durchtränkt. Ich finde, die sieht auch irgendwie aufgepolstert aus, dass halt die ganzen Feuchtigkeits-Trockenheitsfältchen weg sind und das sieht einfach mega gut aus. Richtig schön. Oh, es ist so angenehm vom Gefühl her auch gerade, ne? Vom Geruch her ist die Maske eher so lala. Vom Optischen ist sie ganz witzig durch dieses Panda-Gesicht, was man dann nachher bekommt. Aber die Wirkung, Leute, das ist ja das, was zählt, ist wirklich fun. Fantastisch. Und da habe ich meiner Haut gerade was richtig Gutes getan. Hat mir gut gefallen. Ja, unten in der Infobox sind die ganzen Masken ja, glaube ich, auch verlinkt, soweit ich sie finde. Und, ne, kann ich empfehlen. Herzlich willkommen in der Schweiz. Da habe ich diese Maske hier, die aus einer Spritze und einem Vlies besteht. Von Williff, developed by Dr. Felix Bertram. Das hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an. Und hier hinten steht drauf, Wirkstoffinfusion für energiegeladene Haut. Und meine Haut braucht Energie. Es ist zwar Wochenende, aber es war die ganze Woche über sehr, sehr heiß und ich brauche einfach Feuchtigkeit. Die seidige, wirkstoffgetränkte Fliesenmaske füllt die Feuchtigkeit-Depots und polstert Fältchen mit Hyaluronsäure auf. Niacinamid beruhigt, fördert die Bildung regenerierender Ceramide, verbessert Hautbeschaffenheit und Aussehen und stärkt die Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse. Mentau. Erstmal muss ich die Spritze drauf machen, quasi das Serum auf meinem Gesicht verteilen. Dann kommt die Fliesenmaske drauf und dann schauen wir mal. Also von der Idee her finde ich das ganz schön fancy mit der Spritze, muss ich sagen. Joa, gucken wir mal. Ne, also hier ist das Spritzenvieh und dann gibt man sich das halt nach und nach auf die Haut, bis die Haut gesättigt ist. Also bis quasi nichts mehr geht. Ach guck mal, das ist so eine gelige Textur, fließt auch relativ langsam runter, falls man das sieht. Sehr angenehm. Riecht nach Gänseblümchen. Oh, ich brauche meinen Haarreifen, sonst wird das nichts hier. Krass, die Spritze ist echt komplett leer und jetzt auf meinem Gesicht. Es fließt jetzt nichts runter, es fühlt sich an wie ein sehr, sehr angenehmes Serum, was auch so ein bisschen jetzt durch, wenn ich Luft, oh ja, wie ein feuchtes Gesicht heilt. So, jetzt kommt die Maske drauf. Das ist natürlich super interessant, dass die Maske an sich auch ziemlich getränkt ist mit Flüssigkeit. Das wird wahrscheinlich eine feuchte Angelegenheit, ist aber auch genau das, was ich jetzt brauche. Oder vielmehr meine Haut. Die besteht wieder aus zwei Schichten, das heißt, die eine Schicht kommt auf das Gesicht und die andere wird dann abgezogen. Dann lassen wir die mal wirken, ne? Oh, die fühlt sich so schön an, das ist so angenehm. Oh, ich hatte diese Maske jetzt so circa eine Stunde auf dem Gesicht, weil die es so gut tut. Und weil die immer noch so viel Feuchtigkeit hat, also man sieht es hier noch, ich habe dann auch immer mal wieder so mit den Fingern das wieder so verteilt, so eingereben, auch den Hals runter. Und meine Haut hat es so richtig eingesogen, richtig schön. Ich nehme mal die Maske runter und Leute, die hat so gut gesessen, die hat richtig gut, oh, die ist nicht verrutscht, die hat nicht getropft, die ist nicht irgendwie, die war einfach fantastisch. Das heißt, ich kann das jetzt auch hier so überall noch mal verteilen und, oh, so herrlich. Das hat so gut getan einfach. Ein richtig schön Feuchtigkeitsspendung, kühlend und, oh, herrlich. Und das Vlies war auch einfach von der Dicke her perfekt, ne? Also das war nicht zu dick, das war nicht zu dünn, das war, oh, herrlich, einfach herrlich. Ich fand auch, dass der Duft sehr zurückhaltend war. Das war jetzt nicht zu parfümiert oder so, das war sehr, sehr dezent und angenehm und, oh. Jetzt lässt sich das Serum nicht mehr mit den Fingern so verteilen, weil das nur noch so klebrig ist. Das darf jetzt auch ganz entspannt in die Haut einziehen. Und so sieht meine Haut dann jetzt aus. Ja, ob jetzt Fältchen aufgepulstert wurden, ne? Das ist jetzt, das stelle ich mir immer mal wieder so in Frage, aber ich finde das einfach, es sieht so schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Und alle, alle trockenen Stellen sind verschwunden und es ist einfach herrlich. Ja, ich glaube, die Maske kostet ein bisschen mehr, aber sie ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Es ist unfassbar schön, wie sich jetzt meine Haut fühlt. Also sie hat auch jetzt nicht gekrümelt, sie ist jetzt einfach eingezogen. Das hast du auch nicht bei allen Masken. Und ja, die Schweiz hat eine super Geschichte hingelegt. Auf nach Japan! Aus Japan habe ich diese wunderschöne Maske bekommen von der lieben Nathalie Nordbeauty, glaube ich. Ja, müsste so gewesen sein, ne? Die hast du mir ins Paket gelegt. Und zwar ist die von Cose Cosemport, glaube ich. Das ist eine Tuchmaske. Ich kann kein Japanisch. Das soll garantiert fünf verschiedene Wirkungsgeschichten machen. Ist bestimmt mit irgendwas total Tollem. Und ist bestimmt auch Feuchtigkeit spendend. Ich weiß es nicht. Ich, ja, mache sie mir jetzt einfach mal drauf und hoffe, dass mein Gesicht nicht abfällt. Ich meine, hier hinten sind auch Bildchen drauf. Da ist beschrieben, wie man sie aufmacht, draufmacht. Aber ich meine, es ist eine Tuchmaske. Man kann nachher die Augen auch hochklappen. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Weiß ich noch nicht genau. So, erstmal aufmachen. Riecht leicht blumig und frisch. Und ist mega mit Feuchtigkeit getränkt. Wow! Also die Japaner scheinen etwas andere Augen als ich zu haben. Denn irgendwie passt das noch nicht so ganz. Ja, aber das lasse ich jetzt erstmal drauf. Keine Ahnung, wie lange. Hier steht auch nichts drauf, was ich lesen könnte. Ich denke, so 20 Minuten, 30 Minuten lasse ich das drauf. Und, ja, lasse das Ganze erstmal einwirken. Es fühlt sich aber ganz gut jetzt so auf der Haut an. Das Vlies hat auch eine schöne Dicke. Also das gefällt mir. Und, ja, die Maske verleitet dazu, den Mund zu halten, weil der Mund so klein ist. Ich habe die Maske jetzt tatsächlich so eine halbe Stunde einwirken lassen. Und jetzt, also man sieht halt immer noch, dass da ordentlich Feuchtigkeit drin wäre. Man könnte sie jetzt noch länger drauf lassen. Aber, ja, sie ist jetzt weitestgehend gut getrocknet. Die Augen habe ich mir ein bisschen vergrößert. Ein bisschen runtergezogen, weil ich mit dem Handy absurfen war. Naja, ich nehme sie mal ab. Sie hat gut getan. Ja, hat schön gepflegt. Und auch meinem Gesicht wirklich Feuchtigkeit gespendet. Es hat sich wohlig angefühlt. Ich lag auch in der Zeit tatsächlich auf der Couch und habe mich nicht bewegt. Aber, ähm, sie saß auch schön fest. Also ich hätte mich bewegen können. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel, was ja manche tatsächlich machen, was ich auch manchmal mache, ähm, staubsaugen können oder so. So, mit dem restlichen Serum, was hier drin ist, ne, verteile ich das jetzt alles nochmal hier so im Gesicht, auf dem Hals und auch so ein bisschen im Dekolleté. Okay, denn auch da darf gerne Feuchtigkeit hinkommen. Und dann wird das Ganze entsprechend in die Haut einmassiert und darf anziehen. Also es fühlt sich sehr, sehr schön an, das jetzt so zu verteilen. Es ist schön feuchtigkeitsspendend und auch sehr sanft irgendwie so. Weiß ich nicht. Jetzt wäre da noch ein Öl oder so mit drin. Jo, also eine leichte Ölschicht bleibt auf der Haut zurück. Ähm, meine Haut fühlt sich jetzt auch sehr, 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 sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Ich glaube nicht, dass ich noch heute irgendwie eine Nachtpflege brauche. Fühlt sich jedenfalls nicht so an. Und es sieht auch wirklich gepflegt aus. Also, das ist schon cool. Also ich habe hier so einen richtigen Highlighter sitzen, ne. Das war die Creme, ja. Also wirklich mit Feuchtigkeit versorgt und halbwegs aufgepolstert, ne, inwiefern man das auch so sagen mag. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob mir die besser gefällt als die, die ich da aus der Schweiz verwendet habe. Oder ob ich die hier besser finde, ich weiß es nicht. Also beide finde ich von der Pflege her sehr, sehr schön. Obwohl die andere war, glaube ich, etwas feuchtigkeitsspendender. Ähm, ich sehe hier vor allem in diesem Bereich, dass es irgendwie auch meine Poren verfeinert hat. Kann das wohl sein? Also ich habe da jetzt nicht vergrößerte Poren, aber es wirkt jedenfalls so. Joa, Japan kann was. Also das muss man wirklich sagen. Diese Cose-Maske, Cose war das, ne, ja, hat mir echt gut gefallen. Also, Nathalie, ich habe hier noch ein bisschen Serum, ne, das darf einmassiert werden. Eine gute Empfehlung von dir. Vielen Dank. Guten Morgen. Als letztes geht es in die Niederlande oder nach Holland, wie auch immer. Mad Maske kommt nämlich aus Holland. Und, äh, das ist eine Facial Detox Purifying and Recovery Mask. Also das macht ganz viel. Das macht Mad Maske ja grundsätzlich, ne. Das soll Poren verfeinern, das soll, ähm, Feuchtigkeit geben, das soll Anti-Aging machen, das soll, ähm, alles strahlen lassen und sanft machen und toll machen. Und das machen wir uns mal drauf. Ähm, hier steht sogar ganz explizit drauf, für welchen Hauttypen man welche Einwirkzeit verwenden sollte. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, trockene Haut sollte das 7 Minuten einwirken lassen, normale Haut 9 Minuten und ölige Haut 11 Minuten. Ich habe eher so normale Haut und lasse es dann wirklich 9 Minuten einwirken. Also ich denke, dass es dann wirklich auch was macht. Ich habe ein bisschen Angst, dass dann auch wirklich irgendein Gefühl auf die Haut kommt. Also so, keine Ahnung, irgendein Brinnen oder so. Äh, ja. Ne, gerade jetzt so, kurz nachdem ich aufgestanden bin. Aber gut, wir machen die jetzt mal drauf. Dafür verwende ich natürlich meinen Pinsel von Barbour, den ich in der Barbour-Box drin hatte. Riecht wirklich sehr natürlich und sieht auch sehr natürlich aus. Nach Matsch. Da mein Pinsel immer trockener wurde, ähm, ja, ist es immer etwas schwieriger geworden, diese Maske aufzuteilen. Ähm, aufzuteilen, aufzugeben und zu verteilen. Das Pöttchen ist komplett leer und, äh, ist jetzt auf meinem Gesicht. Und dann gucken wir mal, was die Maske so treibt. Also sie fühlt sich jetzt aktuell erstmal wirklich nur wie so eine Schlammmaske an. Und jetzt lasse ich die exakt neun Minuten einwirken und, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann zwischenzeitlich nochmal wiederkomme. Also hier siehst du ja, wie das wird, also es trocknet halt an. Ähm, und dann wasche ich die ab und dann bin ich sofort wieder da. Also es ist noch nicht ganz getrocknet, aber, äh, es wird schon sehr, sehr fest und ich geh's mal eben abwaschen, ne. Die neun Minuten sind schon um. Bis gleich. Boah, ich brauch jetzt mal einen Schluck Kaffee, denn Leute, das war hart. Niemals komplett antrocknen lassen. Ich habe zehn Minuten gebraucht, um die Maske von meinem Gesicht runterzukriegen. Und ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Ich finde hier am Hals, ne, da bin ich auch sehr, ja, hier, voll gerötet. Ähm, denn ich musste echt schrubben, um die runterzukriegen. Und ich habe ein ultra krasses Bedürfnis, mich einzucremen, cremen, denn die Maske war mega austrocknend. Also die war nicht hydratisierend. Ja, Pore Refining müssen wir uns gleich mal angucken. Anti-Aging, ja, ich fühle mich gerade sehr glatt gebügelt, aber ich muss mich eincremen. Deswegen, äh, weil die einfach alles aus dem Gesicht zieht, ey. Brightening, ich finde nicht, dass mein Gesicht strahlt und ich finde auch nicht, dass mein Gesicht jetzt irgendwie, äh, ich hole dich mal näher ran. Ähm, also erholt sehe ich doch wohl nicht aus, oder? Äh, furchtbar war das. Das war richtig furchtbar. Lass die bloß nicht antrocknen. Ich weiß gar nicht, ich würde die auch gar nicht empfehlen. Hm, also meine Nase glänzt, ja, sie ist gereinigt, ähm, meine, mein Gesicht sieht auch gereinigt aus und alles, ne. Aber ich fühle mich nicht so gut, weil es alles spannt wie sonst was. Und, ähm, nee. Okay. Nein, danke, Madmaski, das war nicht gut. Nein, 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 nein. So. Ich habe euch jetzt sieben Masken aus sieben verschiedenen Ländern vorgestellt. Ähm, manche waren gut, manche waren toll, manche waren eher nicht so gut. Ähm, ja, meine kleine Weltreise für dich. Ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen was, was du gewinnen kannst. Also, das ist dieses Paket hier, da sind auch Masken aus aller Welt drin. Klinik aus Belgien. Diese Maske vom IDC-Institut Aquarius Cosmetic aus Spanien. Montagne Jeunesse aus United Kingdom, England. Von Its Skin eine koreanische Maske mit Karotte. Sherbens aus Deutschland. Diese Maske von der Masked Europe BV aus Holland, aus den Niederlanden. Und diese französische Maske von Kirines. Warte, dafür Dummo steht wie immer unten in der Infobox. So. Ja, ich fand's sehr spannend, einmal um die Welt zu reisen mit dir, um ein paar Masken auszutesten. Ähm, ich persönlich bin einfach ein Fan von diesen ganzen sehr, sehr feuchten Masken, von Tuchmasken, von feuchtigkeitsspendenden Masken. Ähm, das ist einfach mehr so mein Fall. Aber wohl für zwischendurch gerne mal eine Detox-Maske, eine reinigende Maske. Und, ähm, ja, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und wenn ja, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben, da, kannst du, wenn du möchtest, wenn du es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.